Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal haben wir die Botschaft der Masertoffeln nach Colony May gebracht und damit den Weltfrieden hergestellt. Nein, wir haben einfach nur den Anbaumöglichkeit gezeigt und Colony May hat jetzt weniger Nahrungsmittelprobleme. Und nach der letzten Folge habe ich mir hier was angetan, nämlich für die Seeker Crest die Materialien zu sammeln und antun ist wirklich das richtige Wort. Weil ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht, um das ganze Zeug zusammen zu sammeln. Also die Dropchancen sind zwar relativ hoch von dem, was man bekommen kann von denen, aber ich habe das ständig in der falschen Qualität bekommen und tatsächlich ist die Qualität wichtig. Aber ich habe jetzt genügend hier zusammengesammelt, dass ich es jetzt direkt abgeben kann an die liebe Dani hier. Ich habe das sogar schon so weit hochgepusht, dass ich nur ein einziges Item hier abgeben muss. Man sieht übrigens, dass die Dinger auch noch alle echt wenig Prozente geben, was das einfach nur reudig macht, die Quest. Aber wir können das hier jetzt abgeben. Ich gebe ab und bin aus dem Bild. Gern geschehen. Ja, machen wir sofort. Hat auch mehr als lang genug gedauert. Nebenbei, als ich die Items gesammelt habe, habe ich auch ein bisschen die Karte hier bei Cadenzia ein bisschen mehr erkundet und ein paar Inseln gefunden, wo wir noch nicht waren. Ja, machen wir sofort. Ich sehe, dass die Relationen verändert haben. So, möchte ich hier irgendwer was? Ich kann ja mal auf Gondor wechseln. Da sehe ich auf jeden Fall schon Informationen. Aber Gondor scheint ja hier für den Bereich zwischenständig zu sein, deswegen hole ich sie auch mal im Steam. Ich sehe, dass die Relationen verändert haben. Gehe mal bei denen die Infos durch. Die sind ja für Gondor sehr wichtig, die beiden. Zur Nachschubabteilung. Geschäftigkeit. Okay, mal wieder rumschauen, ob ich noch weitere Informationen finde. Ansonsten sehen wir uns bei der Besprechung. Ich habe keine Informationen weiter gefunden, aber das hier ist tatsächlich ein Gespräch zu einer Nebenquiz. Ja, die meisten sind ja jetzt wieder zur City zurück. Ja, Sie, Kölster, allwissende hier. Ich glaube, spätestens nach der nächsten Folge gucke ich übrigens mal, auch wegen den Nebenquesten, dass ich wirklich mal komplett alle Harmoniestufen mal aufs Maximum pushe. Ihr fragt euch jetzt, wie ich auf den Gedanken komme. Oh, das ist ein schönes Bild. Ich glaube immer noch, dass einige der Questen deswegen gar nicht erst freigeschaltet werden. Weil die Harmoniestufe noch nicht auf maximal ist. Hier sind wir ja auch noch auf maximal drei gerade. Das sind ja noch zwei Harmoniestufen. Die Harmoniestufen sind halt wichtig in Bezug auf die Nebenquesten. Hier ist immer viel los. Noch mal. Wisse, sag ich, muss das nicht noch mal machen. Sind das solche Fressmaschinen? Dass ich nicht noch mal machen. Hier ist immer viel los. Und ich bin noch mal einiger. Ich bin noch mal. Und ich bin noch mal. Ich bin noch mal. Ich bin noch einiger. Okay. Kann nicht mal was problemlos ablaufen? Verständlich irgendwo? Ich sehe, einige Relationen haben verändert. Keiner von denen ist hier. Die sind alle in Cadenzia. Okay. Na, Dani? So schnell sieht man sich schon wieder. Kein Problem kann ich dir sogar sofort geben. Okay. Und da sind wir auch schon bei Groover. Den Groovigen. Ja, abhängig von dem, was wir tun müssen. Oh, nee. Ich muss jetzt nicht ernsthaft in das Gebiet, wo diese Mega-Roboter warten, oder? Nee, nur kurz davor. Okay. Ja, wir sind schon da. Was haben die denn für Probleme? Ja, und diesen starken Leftness, den kriege ich nicht kaputt. Das weiß ich jetzt schon. Ihr seid so dämlich. Ja, die können doch nix. Ja, die können doch nix. Ja, die können doch nix. Jetzt wird draufgehauen. Das machen geht nicht schnell kaputt. Bis zum nächsten Mal. 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 Na gut, wir dürfen jetzt erstmal nach Agnus, ne? Ich meinte natürlich, wir dürfen jetzt erstmal nach Cadenzia. Guck mal, wir wollen direkt über jeder Leute was von uns. Hab ich von euch eigentlich schon das Steinchen? Scheinbar nicht, aber was verkaufst du denn so? Ach, äh, Ausdruck muss gehen. Ist das unser Schiff? Scheinbar ja. Ich hatte nur gesehen, dass es ein Suchbereich hier ist. Von wem? Dana ist tot. Sraxieden, bei dem die Nachricht nicht ankamen. Was für eine epische Musik gerade. Bei denen ist die Nachricht immer noch nie angekommen. Den haben wir schnell down. Weht doch nix aus. Pum. Pum. Einweil und Pum. Guter Schaden. Die müssen ja Zukunft mal ankommen. Pum. Mag mit denen. Oh, no, Ina. Oh, no, Ina. Oh, no, Ina. Das war einer der Gefangenen von letztens. Das war einer der Gefangenen von letztens. Bei dem muss man die Message ankommen. Das war einer der Gefangenen von letztens. Alter, kapier's doch mal. Das war einer der Gefangenen von letztens. 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 Tiger ist ein richtig anständiger Kerl. Alles gut. Aber das Vertrauen zwischen Agnes und der City ist jetzt wieder ein bisschen erschüttert. Mein Child, das war einer der Gefangenen von letztens. Das war einer der Gefangenen von letztens. Ich blocks dich an,�UN however, experiences. ja ein bisschen schade um dann und die anderen ja da ist jetzt gut wie sieht die karte hier aus irgendwas mit nebenküsten abgesehen von der nein ich habe hier übrigens noch einen reisepunkt auf screen entdeckt tatsächlich da würde ich gern noch erkunden hier ist auch noch ein boss den man bekämpfen kann deswegen habe ich mir damals eine stelle markiert ich würde es keine fleckchen hier gerne zumindest noch erkunden ich habe gesagt ich habe so ein bisschen nebenbei die karte erkundet der ort hier sieht auf jeden fall krass aus hier ist auch noch mal minibus der schüler wir 57 den können wir ruhig eben kurz einmal verdreschen der wird nicht lang durchschalten ein weiner und bauen passt schon ja 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 schon wieder nicht im schwanken gebraucht kabel frisst gut wie frisst der bütz Ich will einfach nicht umfallen, ne? Dresche! Am ich okay mit den Heels? Du hast mich auf! Ich hab's geschafft! Es ist im Schwanken! So, ich wählen das mit einer Handelskette! So, es ist RIP! Das war spektakulär! Und ich war der MVP! Für die kommen wir jetzt in die Höhle! Ist ja komplett am Arsch der Weg gestorben! Richtig einsam hier! Da vorne ich auch noch irgendwas zum einsamen, was leuchtendes! Zumindest ein bisschen ist was hier! Also wirklich interessant scheint die Ecke im Großen und Ganzen dann doch nicht zu sein! Vor allem, weil ich eh nicht weiß, was ich mit dem Fragmenten soll! Na gut, ne? Die kleine Ecke wollte ich noch erkunden! Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit dem heutigen Part! Wenn ja, nächstes ein Abo und ein Like da! Mal gucken, wo wir beim nächsten Mal aushelfen! Bis dahin sage ich aber mal Ciao und bis dann!